Jetzt habt ihr mich vorher rausgebracht. Wir wollten ja nur eine Karte bringen eigentlich. Wartet, nicht wackeln. Das war jetzt scheiße. Leute. Dann ist auf jeden Fall die zweite Karte beschrieben. Dann gibt die hier mal zwei leere noch. Ja. Scheiße, jetzt habe ich die nicht drauf. Das nervt mich jetzt. Fuck.